Der Martini läuft rechts. Ich glaube, Le Mans ist einer der größten Rappen der Welt. Es ist sehr schwierig, zu gehen schneller in Le Mans. Es ist sehr schwierig, zu halten die Fahrzeuge für 24 Stunden. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Rappen gewonnen habe. Denn es ist für mich einer meiner besten Erinnerung. Ich bin sehr glücklich, die ich in meiner Meinung habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Rappen gewonnen habe.